ja willkommen mein name ist Daniel WP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Sicilia wir sind immer noch im Magnus Zero und sie diesen Gold Magier Ritter hier oder Magier Ritter begegnet und der wird sich mit uns kloppen er hat die Linium Kugeln erschaffen bezieht seine Kraft aussehen und irgendwie so und er hat die gleiche Kampfhose wie Alvin und keine Ahnung ich glaube weil wir kämpfen das war offenbar keine Frage wir wollen auch kämpfen der Gold Magier Ritter Söldner okay ich hab ein bisschen geguckt ich hab auf ich habe hier noch eine herausragung weg ich will 4x gegen kämpfen ich weiß nicht wieso 4x? 6x? Aua! Fuck! Mann der macht uns alle Jawoll! Ah tue 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 Auf Maul! Äh Oh 7.000 AP sich gerade Zack Tera Pressure Tera Pressure Tera Pressure Tera Pressure Tera Pressure Oah Aua! Aua! Ist gut! So! Ey! Tera! Nix ab! Tera! 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 muss gesagt diese diese elise bitte ich habe nach ein paar wochen hier ich habe es gesehen kommt daher weil ich so eine neue akkana die ich ja nach dem bildschirm hat überhaupt irgendwelche schwäche jetzt ganz schön viel aus nein nicht auf elise die hälfte aber halt auch damit auf mich so zu verfolgen ich bin gerade in der luft geschwungen okay mir gefällt irgendwie nicht wie du die ganze zeit hier voll rein gehst nicht verbinden was ach weil sie mal sehen sie von einer gaffete also voll ist meister aber was weiß ich auuutsch mal das blöd mit mila weil sie die ganze zeit immer in die kinder zu machen dieser eine kommt in die luft sprühen okay Okay. Nein, nicht aufgelost. Geht's so weg. Geht's so weg. Geht's so weg. Oh, 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 oh. Danke. Exakt. Und schlagen. Ich krieg dich noch. Boah, er hält aber vor. Au. ich kann es war eine kopie von mir zu sein terminus stolz das war geil das war richtig hier die ganzen charaktere auch mein gott das ding ist eigentlich jetzt therapische da wollte ich mich einfach aber gut gemacht gut ist der beste wieder sein angriff sein Das ist ein Fierstemonfänger, Aua! Aua! Heiko, danke! Nein! Du! Spasselacken, du! Oh, wie lange das noch geblieben ist, ne? Fierstemonfänger! Du! 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 Nein! Hör an! Was brauchst du da, Alvin? Er sieht so schön aus mit seinem Schwert! Wir gehen! Es ist kein Fierstemonfänger! Da kam, wenn ich meinen L1-X-Angriff einsetzt. Aua! Aua! Ist gut! Boah, war gut aus! Aber auch! Alter! Hör auf damit! Er macht einfach einen Rückwärtsschritt und dann ist gut, ne? Aua! Aua! Er lacht! das geht nicht! 喔ah! Tontozido! Phew, Tontozido auch. Aua! Has he ever changed! Höch! Aua... Für 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 die Winter her repent dasiinrichmelde auch! Aua! Das geht nicht auf deine Familie! How are they看 when you nuestro тел? Har Muns monster! nostique! Kann doch unf wollt! Wiev nouveau can! 에서 Ahma! Okay! Wir tp curtir wenig chaos! Es ist völlig notreix! Wow! Schlimmiss! echt jetzt was echt jetzt der kampf geht noch weiter willst du mich eigentlich verdammt noch mal auf den arm nehmen ja finde ich auch also 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 hat doch der zeit rein und mich gar nichts hier immer voll rechte ist sowieso also alter kannst du mal so tun als würde ich angreifen auf was wenn auch hier gezeigt ich war nicht mit zu verbunden er ist auch voll und wer das war gerade mal geschafft ein zu erledigen mal retten au mann Was zum? Wie viel dieser Konter abzieht? Oder sollst du nicht aufgehen? Ja, ist doch voll unfair. Wir können sich miteinander verbinden. Geht's noch. Ja, genau. Verbunden Arzt. Mein Ass. Manche aber überhaupt. So, Problem gelöst. Ich wollte Elbe. Super. Alter. Welcher ist das? Du, dann bin ich doch gar nicht. Natürlich. Wenn du mir auf den Nerven gehst. Das kann ewig dauern. Aua. Aua. Aua, gehst du weg von mir. Was? Ich bin tot. Alter, ich glaube, ich schweb. Aua, geh weg von mir. Alter, bleibst du hier. Alter, bleibst du hier. Boah, wenn ich nicht zwei Highlights, ne? Ma. Wartet schon. Ich tötet dich. Ja, ich tötet dich. Ja, ja. Ich tötet dich. Ey, dieser Konter, ne? Nicht yet. Immer noch ein Schritt vor. Nein, ich dachte, das muss jetzt Dinge sein. Lasst mich. Oh, mein Gott. Oh. Boah, nee. Kann ich meine Dingels einsetzen? Meine Musik-Arp, was zum Teufel? Fuck. Ja, das schaffe ich doch nie im Leben. Irgendjemand hat ein Item eingesetzt. Das ist ein Dingels. Oh mein Gott. Elixir-Laus. Boah, ich kann mich nicht... Er ist genau wie in einem Kolosseum, ey. Absoluter Pale. Wenn einer von den Heiden kann, ne? Ernsthaft? Wenn da auch noch irgendjemand kommt, ne? Nein, werde ich nicht. Hör ich mal. Dieses Ding ist nicht... Ja, brauch mich nicht mit deinen Dingeln. Oh, ich bin schon... ...in Ordnung. Boah, boah. Boah, der wird doch ewig. Ich glaube, ich brauche eher Albing. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Alter. Weil er kann, glaube ich, ...beteiligung schneller brechen. Das ist wie... Er zieht doch viel mehr ab. Mein Gott, ey. Was ist hier passiert in dem Kampf. Wenn ich hier verreckt, ne? Ah. Komm her. Komm her, komm her. Ich kann ausrutschen. Oh mein Gott, was hat er gemacht. Der eine hat irgendwas mit dem hier gemacht. Lock halt um. Gut. Autsch, das hat sehr wehgetan. Das auch. Dieser Schock ist aber irgendwie hier am Leben zu bleiben. Mann. Er dauert ewig hier. Er geblieben. Er hat von euch eine Wüste abkommt, ey. Ernsthaft. Er dauert doch noch ewig hier. Ich hab Zeit mitgebracht. Und ich hab jetzt powiedział, ich hab jetzt getötet. Oh. Verdammt. Ah. Voll daneben. Aua. Nein. Hör auf damit, das ist doch... Äh. Oha, lass mich doch mal. Geil, du bist gar nicht. Doch mehr. Gibt es jetzt auch eins aufs Maul. Oha, was hast du denn jetzt wieder mit mir gemacht? Wenn danach gleich drei kommen, ne? Also Elise, Jude und Mila. Dann sag ich euch gleich, das schaff ich nicht. Ach, nein, 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 nein. Wenn einer von denen heilen kann, ne? Ich kotze die Wand an. Ich hätte etwas stärker gekonnt, habe ich das Gefühl. Ich muss auch wechseln. Irgendwie Dinger hier. Waaah. Der Kampf muss danach vorbei sein. Bitte. Ich leere euch an. So, Nixer. Komm wieder. Wie sieht es mit dem anderen? Der eine hat noch voll viel AP. Gehe, da rückt gleich direkt einer nach, wenn ich einen kaputt haue. Verpisst ihr euch? Ey. Schaff ihr das? Hallo? Wo bin ich? Oh, wie schnell sie halt auch einsetzen, ne? Aber wir schaffen das irgendwie. Also die beiden auch hier haben. So, wer. Beide. Trocken. Kannst du zwar gehen. Elise, was machst du da? Na ja, steht da ganz alleine. Au. Mein Gott, ich kann nur noch mal angreifen. Du wurdest geheilt. Ernsthaft. Du wurdest mit dem anderen geheilt. Ernsthaft. Schaffe ich nicht. Ich kann nicht auf dem Party hochladen. So, hier passiert ja irgendwie nichts. Geht's nicht irgendwie was, womit ich hier den Kampf drehen kann, als Tyler und so, ne. Ich werde den Kampf noch länger ziehen. Ich bin doch neu, womit ich hier zu holen sollen. So, vielleicht Arcana hat er jetzt jetzt gleich. Man, lass mich doch mal... ...ding jetzt machen. So, danke. Danke. Aua. Ja, geh weg. Oder eine Art auch? Irgendwie weniger jetzt. So, ja. So. Kommt her. Ich glaub' ich doch weiter, ne. Shit. Terminus Stolz. Du hast ja immer noch, was? Aber ich kann nicht... Ich muss mich auf dich konzentrieren. Du bist ja die ganze Zeit zauber auch umballert. Ähm. Aber ich hab auch nicht so viel von diesen Dingern, ne. Ja, super. Das war gute Koordination, find' ich. Zum Glück gibt gar keiner auf den Schlüssel. Autsch! Ich komm' da rein, werd' direkt kaputtgehauen. Mann! Rohn, was ist zum Teufel? Stehst da rum, mach' ich gar nix. Aber ist gut. Gib' mich auch. Wann ich mal jemand heilen? Wann ich mich selber? Alter! Was ist denn jetzt los? Meine Güte! Du bekommst immer mehr! Ja! Da muss ich erst mal kacken. Ja, da schau' ich aber nix. Oh wow, du hast Zeit-Live-Ein-Sets. Oh nein, das war... Ich kack's Heiming jetzt. Du bist ja, ich glaub' ich hab' dich eher losgekommen. Also genauer gleich wie mit Geil von Juse. Ich hab' mich schwächer vor Prost. Verdammter Dreck! Ja, ist so kacke, ne? Das Bämchen in die Arcana. Ja, das zieht wesentlich verdammt. Oder auch nicht, wenn ich's nicht treffe. Kein Problem! Mit Bämchen bin ich grandios! Zack! Woll' beide tocken, oder? Ich hab' aber gewusst, hat dieser Kampf lange dauert, ne? Autsch! Gewechseln, hallo? Oh! Wollen wir danach auch was kommt dann? Ich hab' ich verkehrt. Und zack! Ich hab' ich verkehrt damit nicht. Hier in den Zirkel und ich hab' ich zuhört! Guardian Grove! Ja, komm' wir! Und zack! Ob ich verkehrt damit nicht! Baren diese Kämpfe, ne? Die letzten, ne? okay wo ist er der halt ja das ist kein einziges was war das aber auch da kommen die soldaten von jub und so und machen wirklich noch was kommt er dann wenn ich da ich weiß ich habe keine ist gut mein gott alter lassen jetzt irgendwie jetzt niemand mehr aua ich bin jetzt einfach das hier ja genau so sehe ich auch aus umspieler gelehrter schöpfer das schaffe ich nicht ne das schaffe ich nicht ne man eine stunde kämpfe nicht so würde ich sagen ich bin in dem part hier das war sehr produktiv fand ich und ja wir sehen uns dann im nächsten part von der spade ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss gottverdammt